Heute geht es um die Analyse zum Spiel Augsburg gegen Borussia Dortmund und wenn ihr Fußballtalks und Fußballnews mögt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ich habe natürlich das Spiel wieder am TV live verfolgt und als BVB-Fan fragt man sich, ist das jetzt der Fußball, der von uns die nächsten Wochen und Monate gespielt werden wird oder kriegt es Terzic hin, mit diesem Kader einen Fußball zu spielen, den man gerne sehen wollen würde. Und ihr habt vielleicht die letzten Videos von mir schon gesehen, ich habe mit der Personalie Terzic hier immer das Ganze schon recht kritisch gesehen in den letzten Wochen. Auch im letzten Jahr fand ich nicht alles wirklich gut und es wird tendenziell immer schlechter. Anscheinend erreicht er das Team nur selten. Es gab glaube ich in dieser Hinrunde ein oder zwei Partien, die ich passabel fand. Einmal gegen Milan, wo man aber eigentlich auch sich sehr defensiv hinten reingestellt hat und aber wenigstens gut gekontert hat und auch am Ende das Spiel verdient gewann. Gegen Newcastle in der Champions League hatten wir auch ganz schön Glück, muss man auch ganz ehrlich sagen. Da war zumindest das Rückspiel dann aber, finde ich, verdient. Und nehmen wir auch vielleicht noch das Spiel gegen Hoffenheim im Pokal. Das sah das auch teilweise ganz nett aus. Aber ansonsten, sorry Leute, da wird mir ganz schlecht bei diesem Fußball. Und ja, es sieht jetzt so aus, als wäre Dortmund abgeschlagen und wenn wir jetzt auch mal gucken, dass wir jetzt auch zu Platz 3, also zu Leipzig, dann schon 6 Punkte haben an Differenz. Und auch die schlechteste Form von der Top 5 haben, plus dass wir auch nur noch 3 Punkte Vorsprung auf Hoffenheim besitzen. Und wenn jetzt Stuttgart gewinnt, sind die auch an uns vorbeigezogen. Also dann sind das auch schon 8 Punkte, das ist ja gruselig. Und Leverkusen, wenn die gewinnen sollten, haben dann schon 13 Punkte Vorsprung. Also das kann es ja nur nicht sein, oder wie seht ihr das? Also ich mache mir da ernsthaft für Sorgen, dass man vollkommen realitätsfern den Verein führt. Also bei einem Spitzenteam, bei einem Topklub. Sagen wir mal so, bei Bayern wäre der Trainer schon lange weg. Ja, Gruppenphase hin oder her, aber das plamable Aus, nicht dass man gegen Stuttgart nicht verlieren könnte, aber das plamable Aus von der Einstellung her, chancenlos gegen Stuttgart im Pokalhaus zu fliegen. Also diese riesige Chance des Titels mal wieder zu verpassen. In der Bundesliga sieht das katastrophal aus. Wir sind ja wirklich kurz davor, wie eine Mittelklasse-Mannschaft nicht nur zu spielen, sondern auch dann am Ende, wenn man Pech hat, auch nur Siebter, Achter, Neunter, Zehnter zu werden. Das kann ja nicht der Anspruch sein, wenn man sich hier die Tabelle anschaut. Wir haben die meisten Gegentore der Top 5 bekommen und auch die wenigsten geschossen. Also das kann nicht der Anspruch sein. Und wenn man sich jetzt die Statistik, wenn wir auf das Spiel gucken, anschaut, dann sind wir leicht in Front. Man hätte das Spiel, denke ich, auch gewinnen können. Ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich fand Augsburg tendenziell sogar zeitweise besser als wir. Und wir haben uns da teilweise sogar richtig defensiv, nicht nur dilettantisch verhalten, aber auch reingestellt. Und so will ich gegen Augsburg nicht Fußball spielen lassen oder sehen. Also ich kann das nicht für gut heißen, Dortmund sollte jetzt wirklich schleunigst mal auf die Idee kommen, den Trainer auszutauschen und das möglichst dann auch so, dass im Winter dann auch ein Trainer kommt, der dann auch Zeit hat, in der Winterpause ein paar Dinge einzustudieren. Weil, wie gesagt, so lange ist die Pause dort auch nicht. Und, wie gesagt, das kann nicht der Anspruch sein. Mahlen hat ein schönes Tor geschossen. Der war auch der Beste bei uns. Das ist jetzt aber auch die Messlatte nicht so hoch. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich fand eigentlich alle in der Offensive relativ schlecht. Niklas Vöckuk hat sicherlich toll durchgesteckt und seine Vorlage auch wieder gemacht. Ja, das Tor von Mahlen war auch sehenswert. Aber wenn man jetzt Mahlen vielleicht noch eine 2,5 gibt aufgrund seines Tores und in Vöckuk vielleicht eine 3,5, weil ich sonst auch nicht viel mehr von ihm gesehen habe und Gittens war eine Katastrophe, hat auch mal wieder gezeigt, dass das halt jetzt auch nicht ein Spieler ist, mit dem man jetzt immer rechnen muss. Das ist ein toller Einwechselspieler und sicherlich ein Top-Talent, von dem ich mir natürlich auch erhoffe, dass er vielleicht den nächsten Step bei uns jetzt hier auch die nächsten Monate macht und wirklich auch weiterhilft. Aber ich sehe da wirklich nicht so einen Spieler wie einen Sancho oder auch andere Spieler, die bei uns schon für Furore gesorgt haben. Also ein Gittens kann immer mal für ein Tor gut sein und kann sich natürlich auch noch enorm weiterentwickeln. Also ich will jetzt ihn nicht fertig machen, ich mag den Spieler, aber weiß ich, er ist mir zu unkonstant und war ja auch sehr häufig verletzt. Also ich würde mir schon wünschen, dass man noch einen Sancho holt, auch wenn das jetzt von der Chance her vielleicht nicht so hoch ist. Julian Brandt, ja, kann ich kaum bewerten, aber ich gebe jetzt Gittens eine 4,5, weil der war wirklich gar nicht zu sehen. Julian Brandt eine 4,5, Emre Can würde ich sogar eine 5 geben, weil ich weiß nicht, irgendwie habe ich den ganz schlecht gesehen, vielleicht bin ich auch zu kritisch, aber ich fand den echt schlecht. Marco Reus hat auch nicht wirklich Akzente setzen können. Würde ich jetzt auch eher eine 4,5 geben, wenn sie bei Ini, ja, weiß ich auch nicht, bin ich auch irgendwie enttäuscht und kriegt von mir eine 4. Schlotterbeck kriegt von mir eine 5 aufgrund seines Fehlers, das zum Tor, Gegentor geführt hat. Jetzt sagen einige, ah Mensch, das war auch ein V-Spiel. Ich will es ja nicht. Also klar kann man das pfeifen, aber man muss sich auch nicht wundern, wenn es nicht gepfiffen wird. Sagen wir mal so, wenn man jetzt die Vereinsbrille abnimmt und die nehme ich jetzt mal ab, würde ich fairerweise, ja, als fairer Sportsmann sagen, das muss man jetzt nicht unbedingt pfeifen. Das ist ja ein Männersport, beide haben da so ein bisschen gedrängelt. Einer stürzt, der andere setzt sich durch und es fällt dann das Einzelne für Augsburg. Ja, das war wieder Schlotterbeck mit einem Fehler, das zum Gegentor geführt hat. Süle fand ich jetzt aber auch nicht so dolle. Also die sind auch nicht wirklich eingespielt und das soll ja eigentlich unser Innenverteidiger-Duo für die nächsten Jahre sein, wenn der Hummels weg ist. Und beide haben enormes Potenzial. Süle hat das natürlich auch schon wesentlich länger abgerufen als Schlotterbeck durch seine ganzen Titel bei Bayern. Aber, ja, da muss man auch dran arbeiten, dass beide auch häufiger zusammenspielen und auch die Abstimmungen passen und sowas wie Schlotterbeck da gemacht hat, darf nicht passieren. Ein Thomas Monnier ja auch nicht so gut. Also Niklas Süle würde ich jetzt noch, ja, eine 3,5 geben. Den fand ich jetzt okay. Thomas Monnier kriegt von mir eine 4 und Kobel hat, wenn er dann halten konnte, auch gehalten. Also an dem lag es auch wieder überhaupt nicht. Dem gebe ich auch eine 2,5. Und ja, also ich will es nicht. Ich bin sehr, sehr enttäuscht über diesen Ausgang und über unser Spielsitzel. Also erst mal ist es total langweiliger Fußball. Also mir macht es keinen Spaß, sich das anzuschauen. Dann ist er nicht erfolgreich. Und ich kann diesen Trainer auch nicht mehr sehen. Also das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen fies. Ich habe nichts gegen Ideen Terzic, versteht mich jetzt da nicht falsch, aber ich kann ihn irgendwie nicht mehr sehen. Und ich kann diesen Fußball nicht mehr ertragen. Ich kann das irgendwie nicht akzeptieren, dass man so unter den Möglichkeiten bleibt. Also ein Thomas Doll mit dem Kader, dass der schlechten Fußball gespielt hat damals. Okay, ja. Aber das, was jetzt hier passiert, mit diesem Geld, was man da im Kader hat, und den Spielern, die er ja auch haben wollte, ja, auch ein Vöhlkrug war ja jetzt auch nicht gerade günstig. Und wir müssen jetzt mal die Offensive durchgehen. Das sind ja auch alles Leute mit einem Marktwert, der zweistellig ist. Das sind ja keine No-Names. Das sind ja alles zum Teil entweder Jugendnationalspieler oder Nationalspieler, ja. Und auch Verdiente. Einer der besten Bundesligaspieler, die wir dort im Kader haben. Das ist ja jetzt nichts, wo man jetzt sagen muss, da muss man sich jetzt schämen, wenn man die aufstellt. Und dass die nicht abliefern und wir keinerlei Spielidee und Konzept erkennen lassen, da ist natürlich der Trainer auch dran schuld. Und da muss man sich natürlich auch hinterfragen, ist die Qualität denn wirklich so gut und auch vorhanden? Ich würde schon sagen, dass das nicht umsonst alles Nationalspieler die letzten Jahre waren. Und wir hatten ja auch schon tolle Siege mit den gleichen Spielern erreicht. Aber das Spielsystem scheint wirklich, und das liegt nun mal an Terzic, nicht vorhanden zu sein. Die taktische Finesse ist auch nicht zu erkennen. Ich weiß nicht, was die dort im Training die letzten Jahre gemacht haben. Sie wirken auch irgendwie alle nicht sonderlich topfit. Es ist jetzt nicht so, dass die jetzt alle da Bäume ausreißen. Und wir jetzt nun ultra viel laufen wie früher, wo man so ein Großkreuz da immer über die 10 Kilometer kam und wirklich so eine Pferdelunge entwickelt hat und hoch und runter gerannt ist. Das kann ich jetzt auch nicht erkennen in dem Team. Also es ist jetzt nicht so, dass da die Leute alles reinwerfen. Und woran liegt das jetzt? Ist denen das egal? Oder sind die alle ein bisschen genügsamer? Ich weiß es nicht, aber ich kann mich mit diesem Fußball weder anfreunden noch, kann ich das für gut heißen, dass man so sehr unter seinem Niveau und auch den Vorstellungen wie man Fußball spielen will oder vielleicht auch den Ansprüchen insgesamt bleibt. Da haben wir es jetzt nochmal als Fazit reinzubringen. Ja, das ist irgendwie alles sehr unbefriedigend. Diese Hinrunde, eine Katastrophe. Also viel schlechter hätte es, finde ich, jetzt gar nicht laufen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Champions League war mir eigentlich schon wirklich egal. Ihr habt ja vielleicht die Videos vor ein paar Monaten gesehen, da habe ich gesagt, Mensch, die Champions League ist mir eigentlich relativ egal. Der Pokal und die Meisterschaft, das finde ich, die Champions League holen, ist ja eigentlich relativ klar. Und da hätte ich mich jetzt irgendwie gefreut, wenn wir mal wieder einen Titel geholt hätten. Und das ist jetzt schon zur Hinrunde, eigentlich kaum mehr schaffen zu können, ist sehr frustrierend und unbefriedigend. Und bitter. Das soll es dann aber für heute auch schon gewesen sein. Wenn euch das Ganze hier gefällt, lasst gerne noch ein kostenloses Abo da. Danke nochmal für die über 2500 Abos hier auf dem Kanal. Ich ziehe weiter durch. Dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.